Du nimmst jetzt an Grundrücken. Er strengt gerade mein... Nein, da war's. Jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's ernst. Weil du hier einfach den größten Ruf als Schlampe bekommst. Da mal ihre Aufmerksamkeit, bitte. Adrian, du Hurensohn. Ich seh immer, du rüchst an meiner Unterhose. Du kleiner Barster. Yo, was, go. Mein Name ist Cherry Jackson. Wie ihr sehen könnt, sind wir heute mal wieder in Frankfurt. Und heute sind wir wieder an einem ganz bestimmten Ort. Und jetzt, wie ihr schon sehen könnt, Hauptwache. Und heute checken wir wieder Lager ab. Komm mal ein bisschen ran, komm mal ran, komm mal ran. Wie ihr sehen könnt, es geht hier wieder. Aber dieses... Was sagst du? Komm mal. Bruder, das sind die schlimmen Leute. Schlimme Leute, warum? Bruder, zu wild, Bruder. Die haben gar nichts, Bruder. Die leben hier, Bruder. Die stehen morgens hier auf und schlafen hier. Schwörkrank. Bruder, ist krank, Bruder. So schlimm hier, oder wie? Bruder, ist krank, Bruder. Es gab mal ne Zeit, hier war nix los, Bruder. Ja, sag mal, ist das so? Oder anders. Doppel. Wir trauen mir, Bruder. Zahlen können nicht sprechen. Zahlen können nicht sprechen, Bruder. Ey, ey, was hast du gesagt? Nein, ich bin nicht... Aber mach mich nicht rein, Walla, weil meine Mutter... Und ich krieg Ärger, Walla. Warum bist du Hauptwache? Ich weiß nicht, bist du dieser Terry Jackson? Nee, bin ich nicht. Nee, der andere, ja. Und er musste mein Gesicht schon wegmachen. Weißt du, ich krieg das Problem. Deswegen, wenn ihr die da hinten aufnimmt... Also nicht alle. Also wenn ihr diese komischen Menschen da aufnimmt, dann nimmt sich alle auf. Weil nicht alle sind Kischling. Auf jeden Fall, wir gehen weiter rein. Bruder, hast du gedacht, du bist ja auch Hauptwache? Nein, Bruder. Sicher? Ja. Und hier in Hauptwache... Hier in Hauptwache chillen... Hier sind alle nett und korrekt. Und Scheiß auf Sepp, Meliki, ELM. Alle Jungs auf... Wer ist Mafia? Lamia. Walla. Bruder, bruder, komm mal rein. Komm mal rein, komm mal rein. Ich muss echt sein, die Lage ist hier echt... Ey, Bro, komm mal her. Du bist in Hauptwache am Chillen, ne, Bro? Oder chillst du hier? Nee, nee, Bruder, warum gehst du nicht außen rum, Bruder? Nein, ich bin krass von Espan. Ja, Bruder. Das heißt, wenn du am Fuß Hauptwache bist, bist du Hauptwache-Chiller, oder? Nein, nein. Nein, okay. Ich sag Ritual. Ritual, okay, sag mal Ritual. Ich hab's vergessen. Und was sagst du hier an die ganzen Hauptwache-Chiller und... Alter, eben war das so voll hier, alle sind weggelaufen, seitdem die Kamera wieder an ist. Was sagst du den Leuten hier? Ich lass es deren Sache sein. Deren Sache, ne? Ja. Okay, du, lächelst schon hier rein, Bro. Bist Hauptwache-Chiller? Nein, Bruder, ich komm aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden? Ja. Okay, und warum bist du hier am Chillen? Einfach so. Einfach so coole Gegend hier? Ja. Warum sind alle so Kameras schon hier auf Hauptwache? Weil du hier einfach den größten Ruf als *** bekommst. Echt? Ja. Es ist einfach so. Ja. Und voila, hier hat der größte Chiller. Ich schwör. Ne. Okay, und was hältst du hier von der Gegend? Hä? Was hältst du hier von der Gegend? Anders. Warum anders? Atastrophe. Warum, warum? Wie die ich einfach, also guck mal. Ja. Das ist einfach so. Die machen einen auf krass, so gesagt. Einen auf krass. Ich verstehe auch nicht warum. Ist auch die typische Weiber hier. Die Weiber sind auch hier schlimm geworden. Okay, was heißt schlimm und was heißt nicht wie früher? Wann du früher besser oder wie? Hier in Hauptwache? Früher war nicht so. Früher war gar nicht so. Ah. Normal, normal, einfach normal. Jetzt auf einmal 2019. War schlimm jetzt. Ich will nicht wissen, was 2019 wieder. Okay. Und wird glaub ich noch schlimmer sein. Also wie du so erzählst, ist ja hier einiges passiert, richtig? Ja, so. Weiß. Also ist wenig. Ich spür ich nicht. Wir kommen von hier, hier in der Stadt. Von Hauptwache. Ja. Dick wenig mit. Aber ich hab schon paar Storys gehört. Ja. Aber mehr weiß ich schon nicht. Wie ihr da heute? Emil. Emil. Erzähl mal, bro. Beim letzten Video warst du auch dabei. Der ist Fuckboy. Die Arme. Soll ich jetzt Leute anrufen? Die kennen mich besser als du. Du kennst mich nicht mal. Ja. Wie ist die Lage jetzt immer noch so schlimm? Immer noch schlimm. Immer noch so schlimm? Ja. Okay. Erzähl mal. Noch schlimmer. Jetzt. Zeynep will jeder schlagen. Warum? Warum erzähl mal? Keine Ahnung. So ein Ruf. Was meinst du? Das ist der Freund von Zeynep. Arsch. Ich schwore so. Sag die Wahrheit. Sag die Wahrheit. Du lügst, Junge. Er mit dein Handy, jetzt geht's wieder los. Warze. Okay, jetzt geht's. Ey, sag doch die Wahrheit. Das ist doch deine Freundin. Auf jeden Fall. Sag doch die Wahrheit. Arsch. Feuch. Feuch. Guck mal. Okay. Was steht da? Ich hab, ich hab. Du hast in dem Beef. Ja. Ja. Okay, lies mal einen Grupp vor. Lies mal einen Grupp vor. Die sagt so, ähm. Was hast du denn geschrieben? Ja, dass sie Abschluss ist und alles. Und dass jeder die schlagen will und so. Die sagt so, nein, nein. Die hat keinen Ruf und alles. Wenn jeder will sich schlagen, das heißt sie kommen nicht mehr her oder wie? Ja, die ist glaube ich jetzt abgeschoben worden. Von wem abgeschoben? In Deutschland. Warum? Ich weiß nicht. Diese Äschle wurde in Macis geschlagen auch. Polizei war hier. Okay. Okay, erzähl mal was denn da passiert? Äh, so eine Freundin hat die geschlagen so mit Boxen und so. So richtig mansihaft. Hier bei McDonalds? Ja. Zeig mal wo bei McDonalds. Zeig mal wo. Da drinnen in Macis. Drinnen in Macis. Zeig mal wo es geschah. Komm mal kurz mit. Okay Bruder, erzähl mal, komm mal rein. Wer bei Macis geht die? Okay, erzähl mal. Das heißt, die wurde hier geschlagen, hier drinnen. Ich noch? Warte, komm mal. Wo, wo wurde die geschah. Komm mal. Zeig mal, zeig mal wo genau. Genau, wir gehen jetzt bei Macis rein. Wir gehen jetzt bei Macis rein. Und, hast du, hier drinnen schon einer um? Sie möchte nicht gezeigt werden. Komm mal ran, komm mal ran. Ey, zeig mal wo. Oh mein Gott. Wo, zeig mir Tat dort. Wo ist es passiert? Das da. Genau da. Hier chillen ja auch voll viele, ne? Ganz, ganz so Horde am Schlag. Wo war das? Wo war das? Hier, hier war das. Und da wurde sie geschlagen von wem denn? Wo bist du? Ey, Junge. Ich hab dir gesagt, lass das Start, komm doch nicht hier ran. Spreng mich, Junge. Oder warum? Er sprenkt gerade meins. Was? Ich hab gerade meine Freunde gefüsst und küssen. Achso, hab ich mich gestört oder wie? Ich hab mich voll gestört. Du hättest in 10, 20, 30 Minuten kommen können, aber nein, der kommt direkt, wenn ich küsse. Okay, boah, lass mal wieder rausgehen, ne? Du bist am Hauptwoch hier am chillen. Bro, ich hab gehört, hier Hauptwoch ist ein, hat ein sehr, sehr schlechter Beruf. Jetzt geht's los, Digga. Nein, jetzt gehen wir auf. Ein Bruder nicht schlagen oder so, ne? Wo wolltest du jetzt rausgehen? Ja, ich wollte ihn schauen jetzt. Nein, nein, nein. Aber es ist ein Bruder von mir. Okay, erzähl mal, Bruder. Bruder, was soll ich mal sagen? Hier auf jeden Fall, die Leute stellen in Frankfurt schlecht, aber in Frankfurt ist nicht so alle. Nur die Leute machen das. Alles. Oh, Bruder, komm mal ran, Digga. Wir haben jetzt zwei Dudes am Start. Ganz gefährliche Typen. Jungs, Digga. Jo, ganz gefährlich, Jungs. Ey, Jungs, einmal kurz vorstellen, Jungs. Einmal kurz vorstellen. Das sind die Jungs aus Bad Homburg, Jungs. Aus Bad Homburg? Nein, auf Offenbach. Das heißt, ey, ich hab gehört, Offenbach ist ganz gefährlich. Noch gefährlich, Scheiße. Komm mal ran. Ganz kurz. Egal, Scheiß drauf, komm. Ganz kurz, Bruder. Haftbefehl, komm mal ran. Komm mal kurz ran. Das Ding ist, Bro, in den Kommentaren steht, ey, kommt noch Offenbach, das ist viel gefährlicher. Stimmt das? Erzähl mal. Warum, warum, Bruder? Bruder, das ist Champions League, Bruder. Du hast so eine... Bist du Chef hier, oder? Ich bin der Boss, alle. Ja, erzähl mal. Wer bist du? Ich bin Giano. Giano. Giano936. Ganz gefährlicher Name, Bro. Serum Motherfucker. Serum Original. Und dann hast du einen Ruf hier, also bist du irgendwie, hast du so einen Mastertitel hier auf Hauptwaffe? Galerie, Kaufhof Überfall, Jungs. Irgendwann was? Überfall, oder wie? Bruder, ich will nicht von Kamera rufen, war dann meine Mutter. Wir gehen jetzt durch die Stadt, wir schieben jetzt Faxen. Frankfurt, wir schieben Faxen. Wir werden Sachen machen, die ihr noch nie in YouTube gesehen habt. Das macht ihr aber nicht, ich schiebe. Das Wort macht verwirrt, Jungs. Okay, Bro, links oder rechts? Wir gehen hier hoch, Bruder. Alles klar. Helfall. Das macht es Keks. Das macht es Keks. Keks. Ja. Das macht es Keks. Vielen Dank.